Das Knistern von Vinyl Die erste laue Frühlingsabendluft Ein unverhoffter freier Tag Der lange sehnte Regen im August Ja, der Abschied auf dem Bahnsteig Und das Wiedersehen danach Ein gesglücktes Kompliment Und wenn sie trotzdem drüber lacht Glück ist leicht Kannst dich in deiner Suche baden Und es mit tiefsten Überladen ist es sich einfach Auch sobald du nach ihm greifst Glück ist leicht Und Glück ist leicht Wenn du ganz alleine bist Und der nächste Mensch ist malenweit entfernt Eine lange Nacht zu Ende Und ein neuer Tag fängt an Das Gefühl, es gibt da Dinge, die man nicht erklären kann Glück ist leicht Glück ist leicht Das Knistern von Vinyl Die erste laue Frühlingsabendluft Die erste laue Frühlingsabendluft Die erste laue Frühlingsabendluft Was bist denn du? Wie heißt du? Und wo kommst du her? Ich bin Mathis 16 Jahre alt Und komme aus Essen Hallo Mathis Scheiße Mathis, was machst du denn Wenn du mit deinen 16 Jahren Nicht gerade hier auf der größten Bühne des Landes stehst Ja, also tatsächlich ist es das erste Mal, dass ich überhaupt auf einer Bühne stehe Er singt deutsch Die Stimme ist da Aber Mathis, ich glaube, du bist sowas, was man so einen Rohdiamanten nennt Weißt du? Du kommst hierher, stehst das erste Mal auf einer Bühne Wir sitzen da alle und gucken uns an Und denken so Irgendwie ist es geil Aber irgendwie ist es auch noch nicht so ganz Aber du fängst gerade an Du bist auf einem super Weg Das war doch ein traumhafter Start Komme auf jeden Fall nochmal wieder Wirklich Sehr, sehr gut Hundertprozent Dankeschön Danke, danke Dankeschön, Mathis Ich will mit ihm arbeiten Dankeschön Moment mal Moment mal Nein Ich möchte mit dir nochmal sein Oh 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 Yes Genau Liebe Coaches Wie konntet ihr das bloß überhören? Mathis Ich danke dir wirklich Ich danke dir Your voice is so beautiful Möchtest du in mein Team? Ja Team Elif Team Elif Geil 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 Und du bist erst 16? Ich bin 16 Ich habe so gehofft, dass die nicht buzzern Ich so, oh mein Gott, bitte nicht Bitte nicht Genau dafür ist die Comeback Sage da Habe ich ganz vergessen Ich schließe auch nicht aus, dass Mathis ein bisschen mehr Bock hat auf Elif als auf uns jetzt hier Vielleicht war das sein Plan heute Abend Uhr Judy